Jetzt brechen wir genau an der Stelle ab hier. Diesen Durchbruch können wir nicht durchführen. Uns kommt eventuell die ganze Wand nach. Das ist ja eine alte Außenwand und das könnte bedeuten, dass das ganze Haus zusammenbricht. Das jetzt statisch abzustützen, bedeutet einen großen Aufwand. Wir müssten aufwendige Betonkonstruktionen bauen, damit die Steine, die rechts und links des Durchbruchs sind, nicht nachrutschen. Das würden wir nie innerhalb von acht Tagen schaffen. Da müssen wir uns in die Augen schauen und sagen, nee, an der Stelle ist jetzt Stopp. Das ist das allererste Mal in der gesamten Geschichte von Zuhause und Glück, dass wir einen Durchbruch nicht durchführen können. Durch den Abbruch des Durchbruchs benötigen die Experten dringend einen Plan B für den Wohnbereich. Den Teil der Küche, den wir hier durchgängig geplant hatten, müssen wir natürlich dann weglassen. Weil das ist ja dann letztendlich nur ein einziges Möbel, was dann so in der Ecke steht. Ja, und wir könnten den Heizkörper eigentlich an die Wand legen, der auch jetzt im Moment verpositioniert ist. Das ist gut, ja. Das heißt, das Ding kommt da rüber. Als Architekt muss man immer flexibel sein. Man muss immer auf die bauliche Situation reagieren. Wenn zum Beispiel ein Durchbruch nicht umgesetzt werden kann, muss man gucken, wie man da einfach mit umgeht und vielleicht die Funktion dann auch anders organisiert. Also es ist eigentlich alltäglicher Job, den wir da machen. Da könnte man entweder nochmal eine Kommode hinstellen als Stauraum oder sogar einen Sitzmöbel. Dann hat man Jaden gleich im Blick. Auch den Bezug zum Garten. Dann bringe ich noch einen Sessel mit aus dem Möbelhaus. Okay. Ich bin noch nicht ganz glücklich mit der Lösung, weil der Durchbruch eigentlich die bessere gewesen wäre. Aber ich denke, wenn Eva einen guten Sessel findet, eine gute Situation als Raum schafft, wird das ein guter Kompromiss sein. Bleibt zu hoffen, dass das Team in den verbleibenden 144 Stunden nicht mehr allzu viele Kompromisse eingehen muss. So, der Tag 4 auf unserer Baustelle ist geschafft. Das bedeutet Halbzeit. Der Putz, der macht uns ein bisschen Probleme. Der ist noch feucht. Der muss bis morgen trocknen, damit wir weiterarbeiten können. Die Bautrockner werden die ganze Nacht überlaufen. Mehr können wir jetzt erstmal nicht tun. Deswegen Schluss für heute. Schluss für heute. An Tag 7 gibt es eine kleine Überraschung auf der Baustelle, über die sich nicht alle freuen können. Wintereinbruch in Eckfeld. Tag 7 auf unserer Baustelle in der Eifel. Und was ist passiert? Der Winter ist da. Und das natürlich viel zu früh, wenn ich dran denke. Am 1. Tag hier waren wir alle noch in T-Shirts unterwegs. Und jetzt das. Aber so kalt es hier draußen ist, so heiß wird es drinnen weitergehen. Ja, hier zum Beispiel. Das wird mal Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Und wir haben überhaupt keinen Platz. Heute kommen noch die Heizungen. Die Möbel werden noch installiert. Die Leuchten müssen montiert werden. Die Küche selbst muss noch fertig gebaut werden. Wir können draußen nicht arbeiten, weil es schneit. Wir müssen alles hier drin machen. Und deswegen wird das sicherlich im wahrsten Sinne des Wortes ein richtig heißer Tag. Und nicht nur, weil dieser Ofen hier an ist. Testosteron-Feuerwerk auf der Baustelle. Im Eiltempo nehmen die neuen Möbel Gestalt an. Manpower pur. Aber da geht noch mehr. Wir haben heute mal eine E-Mail-Heizung dabei mit einer ganz glatten Oberfläche. Da ist der Gag, dass du mit Markern draufschreiben kannst und anschließend wieder abwischen. Und ich fange jetzt einfach mal an und hänge das Teilchen an die Wand. Der Vorteil in der Rotheizung ist die schnelle Montage. Wir haben hier auf der Baustelle nicht viel Zeit, eine andere Heizung einzubauen. Und daher haben wir hier das optimale System. Was ich ja auch gut finde an der ganzen Geschichte mit Strom zu heizen. Es wird keinen geben, der eine Ölquelle oder eine Gasquelle im Garten hat. Aber jedem ist es möglich, den Strom, den er zum Heizen braucht, selbst zu erzeugen. Und das wird nicht mehr lange dauern, dann kann man den speichern. Wo früher mal ein Öltank war, haben wir dann eine große Batterie setzen. Und auf dem Dach habe ich meine Kollektoren. Mach meinen Strom selbst, speicher den und heize damit und mach mal am Wasser damit. Also vom Prinzip her ist das eigentlich wirklich die Zukunft. Fertig. Somit ist das Projekt Wärme im Haus erfolgreich abgeschlossen. Bei der Wandgestaltung hingegen wartet noch ein gutes Stück Arbeit. Präzision ist angesagt. Kevin und ich, wir zeichnen hier mit einer Schablone eine große Raute an. Jede Raute besteht aus acht gleichschenkligen Dreiecken. Deswegen ist es relativ einfach, das jetzt anzuzeichnen. Was ein bisschen komplizierter ist, ist, dass jetzt alles nochmal abgeklebt werden muss. Und zwar Feld für Feld. Weil jedes Feld eine eigene Farbe bekommt. Sodass dann später eine Optik entsteht, als wenn so ein Kaleidoskop, was man ja vielleicht noch aus Kindertagen kennt, mit diesen unterschiedlich farbigen Chrismen auf der Wand entsteht. Die Wandgestaltung wird bestimmt das E-Tüpfelchen im neuen Wohnzimmer. Es dauert halt nur etwas länger. Die Reinigungskräfte ebnen den Weg für liebevolle Wohnaccessoires. Diesmal bunt und ordentlich bemustert. Rauten liegen im Moment absolut im Trend. Und das habe ich hier auch bei der Gestaltung des Wohn-Ess-Bereiches verwirklicht. Einmal auf der Wand als Gestaltung. Dann tauchen die Rauten sogar bei den Möbeln auf. Hier hinten am Rücken des Stuhls. Und auch bei der Deko. Und nicht nur das. Auch bei den Farben habe ich diese wiederholt. Somit wirkt das Ganze sehr, sehr harmonisch. Nach Harmonie im Haus sehnt sich Familie Stolz schon lange. Jetzt sind sie nur noch wenige Momente davon entfernt. Vorfreude und Anspannung steigen. Ich habe kaum geschlafen. War um 4 Uhr schon wach und hatte schon direkt den Gedanken, wie wird es zu Hause aussehen. Und überhaupt, dass man nochmal dann nach Hause kann, um sich wohlzufühlen dann anschließend. Weil es ja vorher schon extrem war bei uns. Ich freue mich am meisten darauf, dass das nirgendwo mehr reinzieht, ganz ehrlich gesagt. Und dass das warm ist. Und vielleicht hell und freundlich. Freust du dich, nach Hause zu kommen? Ja. Ja, endlich wieder nach Hause, gell? Acht Tage lang hat die Familie auf diesen Moment gewartet. Acht Tage zwischen Ungewissheit und Hoffnung. Dann heißt es jetzt nur noch, die letzten Kilometer zum alten, neuen Zuhause zurücklegen und endlich ins neue Leben starten. Dort ist man bereit. Ja, Junges, das war meine zweite Baustelle. Danke für die tolle Woche. Es ist ein super Ergebnis entstanden. Ich kann mich da nur anschließen. Es war wieder eine super Zeit mit euch. Der Umbau ist absolut gelungen, trotz des nicht vorhandenen Durchbruchs. Genug der Worte. Die Familie Scholz müsste gleich da sein. Lasst uns rausgehen. Natürlich lässt es sich die Familie nicht nehmen, dem ganzen Team zu danken, das ihren Traum endlich wahrgemacht hat. Wir würden auch Yvonne gerne einladen, mit ins Haus zu gehen, weil ihr seid ja eigentlich zu dritt. Tolle Unterstützung war für dich, auch ganz wichtig in den letzten Jahren. Und insofern wäre es uns auch eine Ehre, wenn du mitkommst. Ja? Sehr schön. Na, dann kommt mit. Der große Moment ist gekommen. Als erstes will das Obergeschoss von der Familie erobert werden. Oh Gott, was habt ihr gemacht? Oh, nee. Wahnsinn. Guck mal. Toll, Jayden, wo bist du hier? Oh. Jayden, bist du ganz neu? Oh, guck mal. Oh, wie toll. Oh, guck mal. Super. Wie schön. Oh, guck mal, Lena. Toll, ganz toll. Dankeschön. Hier hinter uns war eine Türe, da kamen wir rein, und dann war hier der Boden so schief und krumm und überhaupt alles dunkel. Dunkel ist hier oben gar nichts mehr. Ich sehe hier einen ganz tollen Raum für die Nina und die tollen Türen und das Helle hier. Die Wärme vor allen Dingen. Super. Ganz toll. Das ist doch ein guter Anfang, Björn, oder? Ja, das ist ein super Start, aber ich glaube, Jayden würde gerne mal sein Zimmer sehen, oder? Ja. 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 Komm, dann gehen wir mal in dein Zimmer. Wo war denn dein altes Zimmer? Kannst du dich noch erinnern, Jayden? Das kann der kleine Mann. Doch wie es dort jetzt wohl aussieht? Oh, guck mal. Oh, guck mal. Guck mal. Oh, ist das toll. Oh, das ist wirklich toll. Guck mal hier, Jayden. Guck mal, Traktor an der Wand. Guck mal, mit Lampen. Guck mal, der hat Räder. Guck mal, nach unten. Oh, schau. Ein echtes Spiel- und Wohlfühlparadies für den Dreijährigen. Genau das hat sich Nina immer für den Kleinen gewünscht. Wir haben die Heizung, die den Raum aufheizt, und er ist in deiner Nähe. Super. Ihr könnt hier oben zusammen sein im Warmen. Oh, super. Ganz toll. Bitte. Also vor acht Tagen war eine dunkle Decke drin, das hat alles so ein bisschen gedrückt. Und es war einfach kalt in dem Zimmer, er konnte hier nicht spielen. Das ist jetzt unbeschreiblich, also, und ist eine Heizung drin, er kann hier spielen, er kann sich wohlfühlen, und wachsen kann er hier drin, das wird nicht unmodern, das wird nicht unpraktisch, das ist ganz toll. Yvonne, würdest du mit Jayden erstmal hierbleiben? Ja. Ja? Dann gehen wir erstmal weiter und holen euch dann später nochmal dazu. Okay. Okay? Gut. Viel Spaß. Als nächstes darf Oma Katharina ihr neues Reich sehen. Oh Gott. Toi. Oh. Toi. Verbindsfülle. Toi. Toi. Dankeschön. Oh, danke. Hier kann Katharina zukünftig die Seele baumeln lassen. Wir haben jetzt hier auch ein Herzkörper für dich. Oh, super. So, super. Oh, doch, das ist auch immer geklaut. Ja. Ganz toll. Hier war es kalt, ich bin dann hoch zum Schlafen und wieder umziehen und wieder weg. Hier ist so toll und so schön warm hier drin, da kann ich mich mal wohlfühlen im Winter. Super toll. Super toll. Also ich bin total, total begeistert, also super toll. Also meine Mama hat ja gar nicht viel für sich selber, die leistet ja wirklich einen 24-Stunden-Job hier. Wenn es mir nicht gut geht, muss sie immer 100 Prozent zur Stelle sein und deshalb hat sie sich da mehr als verdient. ein Ort, wo sie sich zurückziehen kann, wo sie zur Ruhe kommen kann. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben hier im Obergeschoss ja noch ein Zimmer, das ehemalige Nähzimmer. Sollen wir mal schauen, was wir da mitgemacht haben? Ja, bitte. Ihr seid wahnsinnig gespannt. Ja. So viele schöne neue Türen, aber es verbirgt sich dahinter, ist Wahnsinn. Das kommt mit. Wahnsinn. Geh du mal vor. Ja, davor, ja. Die Tür ist auch so ein bisschen wie Wandern. Ja, stimmt. Du hast vorher hier. Ja. Stimmt. Und jetzt ist da eine schöne Garderobe, die fehlt nämlich uns immer. So Garderobeplatz, ganz toll. So, jetzt wird es aber richtig spannend. Nina, rein mit dir. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Oh, toll. Oh, super. Oh, Nina. Oh, klasse. Oh, super, ne? Ja. Jetzt freust du dich. Ja. Oh, guck mal. Super, ihr habt den alten Boden aufgearbeitet. Klein, aber super. Toll, super. Die Badewanne. Vor allen Dingen die Badewanne. Besonders wichtig für dich auch. Super. Dankeschön. Bitte schön. Ja, das kann man gar nicht gut machen. Wie Whirlpool. Es ist eine Whirlpool-Badewanne. Whirlpool-Badewanne. Wahnsinn. Also vor acht Tagen war das einer der schlimmsten Räume. Er war dunkel. Das war eigentlich so ein zusammengezimmertes Abstellkämmerchen. Jetzt ist ein superschönes Badezimmer mit einer supertollen Badewanne und vor allen Dingen eine Toilette, damit ich nachts nicht immer runterlaufen muss. Und ist auch ganz wichtig für mich in meinem Krankheitszustand, dass ich nicht immer eine Dusche stehen muss. Und auch für den Kleinen, den habe ich ja am Planschbecken gebadet, ist das ganz toll, dass man auch mal eine beheizte Möglichkeit hat, baden zu gehen. Ich glaube, ich gehe heute Nacht noch ein paar Mal hier rein und gucke, ob alles noch so steht, wie es ist. Super, ganz toll. Wir freuen uns, dass ihr so begeistert seid. Hier oben ist viel passiert. Ja. Aber unten fast noch mehr. Ja. Deswegen würden wir jetzt gerne mit euch runtergehen und ich würde noch mal Yvonne und Jane dazu holen. Ja, super. Kommt. Denn auch im Erdgeschoss gibt es noch einiges zu entdecken für die Familie. Alles dreht sich nur um dich. Ich trau meinen Augen nicht. Oh, guck. Denn plötzlich stehst du direkt. Oh, super. Guck mal hier, Jane. Und plötzlich kann ich dich... Super, ein ganz toller Teppich. Jane, guck mal hier. Ach, super. Spielzimmer Nummer zwei. Mama Nina kann immer in Jadens Nähe sein, auch wenn sie mal nicht die Treppe schafft. Und der ist super bequem. Oh, ist der toll. Guck mal. Ach, guck mal. Wisst ihr denn noch, was hier vor acht Tagen stand? Das war unsere Küche. Unsere Küche. War mal unsere Küche. Die Decke war dunkel. Und irgendwie war es so ein Schlauch, also so ein Schlauchraum, der irgendwie nicht wirklich zur Geltung kam. Es ist wirklich ganz warm und hell und eine tolle Spielecke für den Kleinen, weil sich ja auch ziemlich viel hier unten doch abspielt und ganz toll geworden. Super. Oh, Wahnsinn. Oh, toll. Oh, guck mal. Oh, guck mal, klasse, ne? Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh. Oh. Oh, das ist der Waffel-Tipp. Und ich warst du. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, super. Oh, toll. In der neuen Küche wird das Kochen ab sofort zum Vergnügen und zur Familiensache. Oh, guck mal. 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 Wahnsinn. Also vor einer Woche waren hier kalte Platten auf dem Boden und der Raum war ziemlich weiß und nicht wirklich liebevoll, nicht wirklich wärmend. Ab sofort strahlt der Raum nur so vor Gemütlichkeit. Der Raum hat sich ja total verändert, das ist Wahnsinn. Wohlfühlbereich, Essbereich, Kochbereich in einem warm, freundlich hell. Die Farben sind einfach toll. Ich bin wirklich fassungslos, also super toll. Habt ihr ganz toll gemacht. Also hätte ich nie gedacht, dass man aus dem Raum so was Schönes machen kann. Auf euch und euer neues Zuhause. Dankeschön. Wie die anderen. Super. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Gute. Musik. Musik. Bis zum nächsten Mal.